Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Mit der einzigen Warnkrabbe auf YouTube, das bin ich. Und ich hab jetzt, ungelog, ich hab wirklich nur die ganzen Gebiete an meine Vasallen abgegeben, an meine Söhne. Weiß ist der Königreich-Titel weg? Wer wollte mich jetzt verarschen? Ja, der kann doch nicht einfach weg sein. Die Alte war doch Königin... Ah, warte mal, die hatte keine Länder rein. Hat sie den Königstitel verloren, als ich die Länder... Ich ver- Ich versteh's nicht, tatsächlich. Also ich spiel das Spiel jetzt schon ein paar Tage. Ähm, hab ein bisschen Erfahrung. Würde ich behaupten. Würde mich nicht als kompletten Vollidioten bezeichnen. Aber das versteh ich jetzt nicht. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Die Fraktion werden sich wieder auflösen jetzt, die ich's gegen mich hatte, weil... Ja, gut, wir werden sehen. Müssen uns mal kurz abwarten. Wie gesagt, meine ganzen Söhne haben jetzt die Länder reinbekommen. Meine ganzen Neffen, also quasi unsere komplette Sippe. Ich hab jetzt quasi nur noch meine Standardländer rein. Wir haben auch viel Geld aktuell. I really like it. Jetzt ist die Frage, was wird passieren? Wissens-Austausch. Ein schwaches Druckmittel gegen mich. Greff in Helen. Kein Interesse. So, ein neues Großreich gründen. Uns fehlen nur noch 30 Grafschaften. Und ein little bit of money. So, die Fraktionen lösen sich nach und nach auf. Bis auf die hier, die morgierischen, teltorzistischen Populisten. Das sind die Ungarn übrigens. Die Kontrolle zu erhöhen wäre von Vorteil in der Situation... Kann ich gerade nicht machen. Müssen wir abwarten. Wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen abwarten. Wer ist denn das hier? Die Pampülen. Also, ich hab mich übrigens auch schon entschieden. Tatsächlich. Bin ich mit denen in Krieg? Aha. Okay. Was für ein Religionskrieg? Religionskrieg um Öltum von Westfriesland? Ja, das juckt mich ja nicht. Da bin ich ja nicht der Bube. Mein Krieg gegen Ostmark? Wann habe ich denn den Krieg erklärt? Ich verteidige mich gegen das Oberhäuptlingstum. Okay. Mhm, mhm. Und Befreiungskrieg. Aha. Ich hab gerade ein bisschen den Überblick verloren, muss ich gestehen. Ich weiß jetzt nur, wir müssen jetzt hier erstmal auf alle Fälle ein paar Boys ausheben. Und da müssen wir irgendwie noch zu den Boys hochmaschieren. In Ostmark. Habe ich denen den Krieg erklärt? Die greifen Lothringen an. Na, nee. Warte mal. Pustekuchen, Lothringen. Das guckt mich. Ah, ich gucke mich ja eigentlich gar nicht. Ich werde jetzt einfach nur kurz hier reinmarschieren. Vielleicht ein bisschen was Plündi, Plündi. Jawohl. 23, 18. Split. Einmal dort rein. Einmal dort drüben rein. Ähm. Jedenfalls habe ich mich entschieden, wenn ich hier Kaiser bin, ist dieses Projekt tatsächlich vorbei. Aber, das muss nichts heißen. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil das nächste Projekt ist bereits geplant. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und es wird ein schönes Projekt. Ich werde es im Laufe der Folge noch sagen, was es sein wird, wenn es nun soweit ist. Können da quasi, die, die etwas länger mit dabei sind in dem Video, können sich dann quasi freuen, wenn sie es dann wissen. Ja, jedenfalls wird ein schönes Projekt. Freue ich mich schon sehr drauf. Wird bestimmt auch wieder den ein oder anderen interessierten Zuschauer auf den Kanal locken, hoffe ich doch. Mit meinem wunderschönen Content hier zu Crusader Kings 3. Ich bin ja angeblich einer der besten Crusader Kings 3 Spieler in YouTube Deutschland. Ist auch nicht schwer. Ich glaube, ich spielte auch fast gar keiner. Mein Neffe ist ein mächtiger Vasall. Aber er ist auch ein fähiger Diplomat. Der Lohn ist Lügnus. Ah, er wollte stehlen. Gerold behält die Eigenschaft Hinterlistik. Ist aber schlecht. Ist das mein Erbe? Ja. Das heißt, was wir machen, er wird ehrlich. Ist quasi genau das Gegenteil, ne? Der Letzte wäre bescheiden. Das ist natürlich auch eine Sache. Wir machen ehrlich. Wir sind eine ehrliche Seele. Muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder hier direkt in Anarchie versinke. Kurz mal überlegen, ob wir jetzt kurz... Was ist eigentlich eure Mission hier oben? Wollt ihr Krieg oder was, ihr Polacken, ey? Könnt ihr haben. Könnt ihr haben. Komm, auf geht's. Kurz hochmarschieren. Ja, da hauen sie wieder ab. Ja, wir plündern jetzt ein bisschen. Ratten, ey. Also, wir haben hier eigentlich alles unter Tarn-technisch dem richtigen Glauben zugewiesen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass das dann nachher passt von den anderen Sachen. Und jetzt könnte ich lauter Titel gründen, aber dreimal dürfte ich raten, welcher Boy wieder mal kein Geld am Start hat. Ich bin's. Die Pleite-Krabbe. Ja, die hauen ab, die Polen. Pathetic. So, der Krieg ist eh bald vorbei. Der Krieg um das Earl-Tum von Westfriesland. Ähm, ja. Wo bist du? Earl-Tum von Westfriesland. Kurz Titel finden. Earl-Tum von Westfriesland. Vadiu. Schon da oben, oder? Ich war mir nicht ganz sicher. Good Wales. Aber Schweden ist auch gigantisch geworden, ne? Die Schweden. Was für eine Reformation. Die Tenggriner. Wer ist denn das? Cengiz Khan. Kagan Chilbu. Alias Cengiz Khan hat irgendwas reformiert. Oh, die Mongolei. Naja, ist schon ein bisschen so auch die Zeit spannen. Ich bin jetzt los. Ach, die Populisten. Sonst habt ihr alle kein Problem, oder? Jawohl. Zu Glück habe ich meine Truppenstelle ausgehoben. Na, jetzt aber nicht angreifen, hier meine polnischen Freunde. Oh Gott. Okay. Ähm, müssen wir jetzt kurz gucken. Also, müsst ihr kurz ein paar Bündete rufen. Eventuell in den Bauernkriege. Oder auch nicht. Ich kann Bündnisse aushandeln, aber ich kann keine in diesen Verteidigungskrieg rufen. 8200 gegen 11000 Mann. Ja, ich hoffe, dass die sich nicht zusammenschließen. Dann können wir einfach über die drüber marschieren, quasi. So, unterstützen. Doch, hier, da oben ist es. Bauernaufstand Nummer 1. Bauernaufstand Nummer 2. Tritt als Krieg als Verteidiger bei. Ich weiß gar nicht, was das für ein Krieg ist. Aber scheinbar bin ich da irgendwie mit beteiligt bei der ganzen Geschichte. Wer bin ich denn jetzt aktuell im Krieg? Ich verteidige gegen irgendein Häuptling, das gewinnen wir. Ich verteidige gegen Graf irgendwas für Befreiungskrieg. Was ist das für eine Geschichte? Keine Ahnung. Wir warten jetzt erstmal ab. Hier ist mir gerade zu viel Chaos. Es ist erstmal wichtig, dass wir den Bauernpöbel hier wegmachen. Wird jetzt erstmal 10 Jahre dauern, bis die da unten angekommen sind. Bis dahin werden die leider in der Lage sein, den ein oder anderen Erfolg zu verzeichnen, befürchte ich fast. Verwaltung um 1 erhöht, hervorragend. Wie lange brauchen denn die, bis die mal unten sind? Wir müssen auf alle Fälle hier die Schlachten gewinnen. Die haben jetzt leider die erste Provinz direkt erobert. Kommen meine Freunde da zur Unterstützung? Jawohl. Die erste Schlacht ist gewonnen. Dann marschiert die mal direkt weiter, bitte. Da unten haben sie sich nochmal gesammelt. Ah, bleiben wir mal da. Lieber nicht alleine hin marschieren. So ein 1 gegen 1. Das sieht dann meistens wieder schlecht aus. Ach, da oben sind die, mit denen ich in Krieg bin. Ah, interessant. Habe ich die mal angegriffen oder wie kommt das? Keine Ahnung. Wie gesagt, erstmal die Bauern wegtreten. Der Bauernpöbel. Ist eigentlich wie ein Europony, wir sahen das vier. Ist jetzt eigentlich so gar keine Gefahr. Die haben nicht mal mehr Nahrung. Die verhungern. Belagern meine verbündeten Freunde. Danach marschieren wir da oben hin, machen die kaputt. Ich bin nicht mehr Rivalin mit ihr. Das ist doch schön, dass man in den alten Tagen sich noch so gut versteht. Befreiungskrieg. Wir haben den von Dux, bla bla, gekriegt gegen die irgendwas verloren. Sein Lensherr ist vom Byzantinischen Reich. Also ich glaube, ich habe mich das nicht beeinflusst. Das war halt einfach der von Byzantien da quasi. Oh, Titelschaffungskosten minus 20%. Das ist sehr praktisch. Vor allem, wenn ich jetzt gleich vorhabe, lautet Titel zu gründen. Und ich halte noch wachsamer. Jawohl, hervorragend. Kommen die Bauern da weg. Ja, ja, haut ruhig ab. Können euch sparen, das abhauen. Ich bin gesellig, hervorragend. So, 50. Aber jetzt sind wir gleich fertig. Jetzt müssen wir nur noch die eine Armee kaputt treten. Dann müsste es eigentlich gewesen sein. Die da oben kriegen eh auf die Schnauze nebenbei. So, jetzt müssen wir 100% haben. Jawohl. Ach, der hat sogar Verbündete. Puh! So, alle eingekerkert. Dann können wir jetzt hier oben hin marschieren. Wo muss noch die letzte? Mal hier aufräumen, ey. Ich sag euch, hier geht es ab, ne? Auch ein paar Regionen erobert von mir. So, Lösegeld. Wer ist denn das? Unvernünftiger Zupacker. Gerade leider kein Geld. Arme Sau. Da ist ja noch er mal dran. Meine Güte. Alles so pleitegeier. Machen wir die kurz weg. Die belagern die halt. Das ist... Vor allem haben wir die Hauptstadt von denen besetzt. Okay, und das... Ach so, der Typ da drinne ist ein Vasall vom Byzantinischen Reich und hat quasi die Autoritätsstufe verdient. Aber jetzt hat... Jetzt hat Labis verstanden. Meine Güte. Wer überfällt mich denn hier schon wieder? Die Polen. Ne, Masowien. Mein Gast Meth soll ermordet werden. Das dürfen sie gerne machen. Ein Briefwechsel mit der Königin von Ravensburg. Beziehungsweise Königin von Bayern. Ich ramme den ein. Ich habe eh genug Prestige, aber warum nicht? Lothringen ist im Krieg mit Oplons. Das ist interessant. Ja, das dachte ich mir. Die sind immer ein bisschen stärker, diese Boys. I don't like it. Ohne einen Beitrag zur Kriegsgasse. Oh. Ihr seid viel zu großzügig. Ich lehne das natürlich ab. Obwohl ich es nett finde. Wie gesagt, gute Beziehungen haben auch viele Vorteile. So, 100% haben wir. Erforderung erzwingen. 40 bekommen wir ausgezahlt. Vielen Dank. So, mit wem sind wir denn noch im Krieg? Polen ist kleiner geworden, sehe ich gerade. Das ist nur noch ein kleines Oberhäuptlingstum. Ja gut, Kriegerklären geht nicht, weil Armee ausgehoben. Was haben wir mit denen? Die würde ich auch gerne mal erobern, irgendwann mal. Die sind aber auch ein bisschen größer, unfortunately. Okay. Das wird ja irgendwann noch vorbei sein, hoffe ich. Ganz ehrlich, was ist denn hier oben? Die sind doch schon komplett besetzt fast eigentlich. Kann doch nicht sein. Die brauchen hier wieder echt wegen nix. Die eine Provinz mal erobern oder so. Das juckt mich überhaupt nicht. Die können mich mal gerne haben. Da werde ich bestimmt nicht hochtuckern. Ja, ich würde gerne ein paar Titel gründen. Dafür müsste ich erstmal die Kriege gewinnen. Jetzt haben wir da Populisten. Ja, die ganzen Bauern. Das wird eine Weile dauern, bis sie sich eingefangen haben. Wie gesagt, die Kontrolle ist noch sehr gering. Volksmeinung ist eigentlich gut. Weil wir, gut, nicht überall, ne? Ja, Katholizismus ist böse. Was ist denn da los? Aha. Was ist das hier? Waren ihr schon die ganze Zeit da? Ah ja, ich glaube schon, ne? Okay, wir erobern jetzt mal kurz das Ding. Wobei, das wird gerade schon belagert. Euer Ernst jetzt? Jetzt komme ich extra hochgelatscht und dann... Egal. Dann geht mal runter, erobert das Ding. Weil ich mit denen scheinbar in Krieg bin. So, mächtige Vasallen. Ihr könnt Zahlungen verlangen. Das ist gut. Geld brauche ich immer. Dankeschön. Dann haben wir da 734. Das heißt, wir können jetzt mal wieder ein, zwei Herzogtümer gründen. Erstmal machen wir erstmal Transilvanien. Und machen... Wie gesagt, das ist mir egal. Da habe ich eh keine Länder rein. Transilvanien, Numero Uno. Das Numero Dos. Des, Dres, Zwei. Ah, ich weiß, was ich meine. So, das gebe ich ab an meine Kinderlein. Kann ich hier einstellen. Dynastie Wilhelmiden, das sind wir. Boah, was ist denn mit ihm passiert? Ist er vorhin Zug gelaufen, oder? Äh, ja. Ähm, mein Sohn. Du kriegst den Titel hier. Und... Soziale Manipulation hervorragend. Meine Schwiegertochter... ...lotet meine Grenzen aus. Ich halte sie in Schrecken. Wie könnte es wagen, den König herauszufordern? Ja, wie kann sie es wagen, den König herauszufordern? Das ist eine gute Frage. So, Titel vergeben... ...an meinen Sohn. So, damit ich... ...das Herzogtum-Limit nämlich nicht überschreite. Wenn man aktuell einen Herzog durchheiratet, zwei Grafen durchheiratet, ...ein König, 42 lebende Mitglieder, macht 2,64 im Monat. Ach, zu wenig. Wer bist du? Oh, hallo, 180. Perfekt. So. Ja, 535. Überzogene Zölle. Ja, gut. Da kann man jetzt gerade nicht zu viel gegen machen. Ja, mehr können wir jetzt gerade hier nicht machen. Das passt alles. Das Ding ist durch hier, ne? Mit dem will ich ja nicht mehr einen Krieg. Der Krieg ist gleich vorbei. Dann haben wir jetzt noch den kreiert, da wo ich mich nicht einmischen werde. Und dann haben wir jetzt hier noch irgendeinen... Die greifen mich an. Okay. Ja, gut. Warum nicht? Ich meine, kann man mal machen. Weißt du ja nicht, warum man das machen wollen würde. Aber kann man mal machen. Wie gesagt, das ist ja jedem selber überlassen. Machen die auf alle Fälle mal kurz weg. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Warum haut die eigentlich ab, wenn ich hier kämpfen will? Stellt euch wie Männer und nicht wie Memmen. Die Schalobox. Oder wie die da heißen. Komm, hinterher. Lasst sie nicht entkommen. Ach, egal. Wir belagern einfach die Hauptstadt. Wo die auch immer hinlaufen werden. Das weiß ich nicht, was... Das einzige Problem ist natürlich Kriegsgrund am Ende des Tages. Wir kriegen wieder keine Gebiete. Alter Knacker. 56. Wer ist ein Erbe eigentlich? Wer ist Erbe, ne? 14 Jahre. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Ideal. Ich hoffe, er kriegt eine gute Ausbildungsfertigkeit. Auch wenn es leider Kriegsführung ist. Aber er hat schon 18 Diplomatie. Boah. Ho, ho, ho. Der wird geil. Ich meine, er hat 30. Aber er hat Diplomatie-Vorzüge halt freigeschalten, bis der Arzt kommt. Wir können erzwungenen Vasallentum als Kriegsgrund machen. Das ist ja Vordergrund. Vielleicht sollte man das noch einmal nutzen, wenn wir da Zeit für haben. Wenn er noch nicht abnippelt. Aber wie gesagt, seine Gesundheit ist schlecht. Das heißt... Er geht mir echt hart auf die Nerven in der Zwischenzeit, ne? Zu viele Bündnisse, meine Freunde. Zu viele Bündnisse. Das ist schlecht, wie man sieht. I don't like it. Hauptsache, dass wir den Krieg jetzt erstmal kurz hier beenden. Ein Krieg nach dem anderen, sag ich immer. Könnt ihr die Belagung bitte mal fertig machen? Danke. So, ein bisschen Geld. Hier bin ich jetzt wieder im Krieg. Hier kriegt... Oh Gott. Da kriegst du 150 Prestige. Kauft ihr was davon? Das juckt mich hier nicht, ganz ehrlich. Das werden die doch wohl alleine hinkriegen. Was wir jetzt machen werden, ist unsere Truppen auflösen. Sobald wir alle wieder in unseren Ländereien sind. Und dann können wir Kriegsführen. Krieg. Tschüss und tschüss. Beide habe ich gesagt. Hallo? Jetzt können wir da nicht wieder Krieg führen am Ende des Tages. Und zwar Vasalisierungs-Kriegsgrund. Kurz gucken, was das kostet. Ich weiß es gerade nicht. Ja, Vasalenzwang von Oberhäuptling Magdalena. Sie ist Oberhäuptling Magdalena. Wir möchten sie unterwerfen. 630 Prestige. Schon viel. Wie stark seid ihr? Polen hat Probleme. Vielleicht unterwerfen wir einfach Polen. Ach so. Ah, bei Polen können wir nicht unterwerfen. Weil es ein Königtum. Ah, das kann sein. Das ist ein Königtum. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe tatsächlich. So, dann machen wir das hier einfach mal kurz. Weil die müsste ich eigentlich auch nicht vasalieren. Ist das ein König? Ach, das ist Vasal. Vasal von byzantinischen Pups. Muss ja eigentlich jeder irgendjemand. Jetzt hat es so. 180 Prestige. 976 Mann. Ähm. Ja. Hier mal kurz verlegen. Dorthin. Hier alle ausheben. Die werden wir erstmal kurz Platz machen. Mal kurz halbieren. Einmal dorthin. Und einer den hinterher. Wie gesagt, es sollte ein kurzer Krieg werden. Ich möchte jetzt halt einfach noch ein paar Gebiete erobern. Damit mein Reich dann schön groß wächst und gedeiht. Damit wir irgendwann das Kaiserreich gründen können. Ja, das wird hier eine einfache Sache natürlich. Fraktion hat sich aufgelöst gegen uns. Was haben wir eigentlich aktuell fraktionstechnisch? Unser Sohn ist erwachsen. Er ist ein fähiger Taktiker und ein flexibler Anführer geworden. Plus 6 Kriegsführung und Defensivvorteil minus 50%. Okay. Ja gut, hätte ich mir mehr vor... Ich hätte mir gewünscht, der... Ja gut, der wurde militärisch ausgebildet. Der hat 19er Militärwert. Das passt eigentlich. Ich werde ihn noch nicht verheiraten. Ich warte noch, sonst fängt er so früh an, Kinder zu zeugen. Und dann braucht ihr noch 6 Monate, 5 Monate. Die brauchen wir so lange, bis sie sich sammeln aktuell. Taugt mir ja gar nicht. Während die sich sammeln, stirbt mein Herrscher. Nicht das Gelbe vom Ei, wenn ihr mich fragt. Während hier überall Kriege laufen. Jawohl. 88% direkt. Wir müssen ja eigentlich nur kurz eine Schlacht gewinnen, ne? Deiner Seite, wenn man plündert, kriegt man natürlich auch wieder Ressourcen etc. pp. Haben wir 100%, jawohl. Wir haben eine wertvolle Geisel genommen. Das war das Problem für ihn. So, aber damit sind wir da schon mal fertig. Wieder alle Truppen auflösen. Ja, aber jetzt nicht vermeint. Ich weiß. Also ganz behindert bin ich auch nicht. Auch wenn man es immer denkt. Komm, egal. Raus damit. Alles muss raus. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie Geld dazu bekommen. Die sind alle komplett broke. Ja. Ein gutes Geschäft. Finde ich auch. So. Sieht doch schon schön aus, unser Reich. Und wir machen weiter mit denen hier, oder? Ah ne, das ist wieder ein Königreich. Ja gut. Dann machen wir mit denen nicht weiter. Wir könnten Religionsgegur um Königreich machen. Ne, können wir nicht. Haben wir schon gemacht einmal. Könnten wir unsere Religion reformieren eigentlich? Äh, naja. Könnten wir. Hatte ich ja mal überlegt. Wir könnten pluralistisch machen. 2005 wäre möglich. Tatsächlich wäre möglich. Hm. Heiratsarten, monogam. Charaktere können immer nur einen Ehepartner haben. Wenn sie einen beachtlichen BPNU so kennen. Da hat man natürlich noch Polygam. Ja, bist du viel Ehepartner? Ja, warum nicht? So. Haltung zur Ehescheidung erlaubt. Haltung zu Bastard. Es gibt keine Bastarde. Alle Kinder sind legitim. Haltung zum Intest. Das lassen wir mal, wie es ist. So, Verbrechensdoktrin, Klerosdoktrin, äh, klerikale Funktionen. Mhm. Mhm. Ja, aber das passt mir eigentlich so, wie es ist. Nur Männer können Tempelbesitztümer verleihen und als Ratsprediger dienen. Ja, ja. Klerikal auf Lebenszeit. Das wäre praktisch, das zu ändern, ne? Dann könnte man nicht den... Ah. Drei Taus. Ich bin mir nicht sicher. Wenn mein Herrscher stirbt, müsste das eigentlich bleiben, die Frömmigkeit. Ich mit... Oder? Ne, die stirbt mit ihm. Ah. Das heißt, wenn, dann muss ich es jetzt machen. Könnte man vielleicht nochmal kurz auf eine... Pilgerreise gehen. Ne, ich bin im Krieg. Wo bin ich jetzt im Krieg? Das ist schon wieder Fake News. Ich bin doch gar nicht im Krieg. Doch, bin ich wirklich. Ich bin wirklich im Krieg. Hm. Klerikal widerruflich. 26 von 27 Vasallen werden konvertieren. Okay. Dann machen wir das doch mal. Unseren eigenen Glauben. Auf der anderen Seite... Weiß nicht. Ich hätte halt gerne noch selber ein weltlich... Warte mal, warum geht das nicht? Klerikale Tradition, theokratisch und ein Glauben so überhaupt. Ah, so. So müssen wir das quasi machen. Ne, geht nicht, weil... Theokratisch-klerikale Ernennung. Was für ein Ding? Theokratisch... Hä? Eine Ernennung kann nicht beides haben. Theokratisch-klerikale Ernennung. Hä? Wollte ich mich jetzt verarschen gerade? Entschuldigung. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Okay. Liegt das daran? Ah, Daranachs. Tut, ich möchte... Okay. Gerade eben hat sie aber noch nicht so viele... Das ist hier irgendjemanden den Krieg erklären. So, 75 Prestige und Meinung. Find ich ja nicht so nett. Also, man legt mir schon wieder wirklich auch... Ich vermute fast absichtlich, dass man mir hier Steine in den Weg legt. So, ja. Billen, da haben wir die Geschichte da kurz. Gehen da... Pfff, was soll ich... Ich brauche hier gar nichts machen. Ich muss ja eigentlich nur abwarten. Kurz das Ding hier belagern. Wir haben Belagerungswaffen. Die wahrscheinlich nicht. Nö. Bei Glück haben wir da gleich irgendeinen wichtigen Buben gefangen. Muss ich mir da gar keine Gedanken weiter drüber machen. Und unser Ratsspitzli ist gestorben. Äh, du möchtest einen Rang, mein Neffe. Mein Erbe ist immer noch nicht vermählt. I know, I know, I know. I know. Kann mein Hausmitglied rufen. Das ist perfekt. Haben die jetzt echt das geschafft, mit Glück die Belagerung von mir hinzukriegen scheinbar? Ich habe den Sohn von ihm gefangen genommen. Das sucht ihn aber gar nicht. Er denkt sich so, ja, gut, ist halt mein Sohn, aber... Söhne kriegt man immer wieder. Muss man nur wieder zeugen. Okay. Die Söhne ist aus Versehen reinmarschiert. Das wird eine kurze Sache am Ende des Tages. Ähm, ihr kriegt ein bisschen Geld. Ich hätte auch einfach Prestige lassen können. Letzten Endes ist es mir wurscht. So, das war schon mal ein wichtiger Sieg hier. Wir haben innovative Erbherrschaft. Okay, okay, Moment. Innovation Erbherrschaft. Das heißt... Äh... Erb... Hä? Ach ne, das ist die neue... Ah, das ist das neue. Okay. Das bringt mir dann die Erbteilung. Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Eine Sache, die ich überhaupt nicht mag. Total sinnlos, wenn ihr mich fragt. So, beide Kriege werden verloren, tatsächlich. Also, Byzanz kriegt ein bisschen auf die Schnauze. Bauernaufstand, das unterstütze ich natürlich offiziell. Inoffiziell ist es mir egal. So, der zweite Krieg verloren. Krass. Wir jetzt gerade alle meine Verbündeten ihre Kriege verlieren. Obwohl ich mein Bestes tue, um sie zu unterstützen, ne? Äh, was? Der Tod in unserer Mitte? Eine Gefangene. Puh! Hau ab! Werf... Stipp draußen! Hehehehe! Äh, wo sind eigentlich die... Mhm. Was auch immer das da unten wird. So, wir sind wieder sicher. Sie ist gestorben. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist sie gestorben, ja. Machen wir hier. Persönlich ist Komplot-Erfolg-Chance gegen Familienmitglieder. Ich weiß zwar nicht für was, aber... Hier war irgendwo ein mächtiger... Ein mächtiges Stück Dreck. Ach Gott. Na gut, 13. Das passt eigentlich. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, ich... Ne, doch. Hat schon gepasst. Okay. Alle Mächtigen sind happy aktuell. Jetzt bringen wir noch kurz das Krieglein hier zu Ende. Geht mal hier. Unterstützen. Umso schneller das Ding hier vorbei ist, umso besser. Ja, perfekt. Forderung erzwingen. So, dann soll es so sein. Wir lösen unsere Truppen auf. Warte mal, wo ist der Bauernaufstand? Da ist der Bauernaufstand. Okay, da sollte ich dann doch nochmal hinlaufen. Da kurz Unterstützung leisten. Sicherheitshalber. Ich hoffe, dass ich da noch rechtzeitig ankomme. Da sind noch Verbündete von uns. Die werden wahrscheinlich jetzt auch gleich die Schlacht suchen, oder? Ne, die belagern ihr Ding zurück. Ihr seid so dumm. Greift doch einfach die an. Ach, die sind so dämlich, echt. Ist jetzt 100% oder wahrscheinlich irgend sowas? Ne, nicht ganz. Ich habe das Herzogtum geerbt. Sehr perfekt. Ich wollte doch gar kein Herzogtum erben. Wer ist denn gestorben? Irgendeiner ist gestorben und ich habe wieder irgendwas geerbt. Irgendwas, was ich gar nicht wollte. Das tun wir jetzt einmal kurz vergeben an ihn. Irgendein entferntes Kindlein. Was sage ich noch? Irgendwo eine Dynastie. Irgendwas geerbt. Wo ist es denn? Wo ist es denn, was ich hier... Ah, das hier. Das will ich auch nicht. Hier, mein Enkel. Bitteschön. Ja, das Dynastie wächst gefühlt, aber irgendwie auch nicht. Also, ganz komisch. Ja, da hauen sie ab, wenn sie mich sehen. Das war mal wieder klar. Müssen wir eh nur einmal kurz platt machen, dann war es das. Ja. So, und dann haben wir alles geschafft, was ich die Folge schaffen wollte. Das Ziel bleibt und ist und tut nach wie vor... Wir können eine Universität gründen. Aha. Aha, interessant. Ein Großreich. Wir brauchen noch 20 Grafschaften. Ich bedanke euch allen, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr hattet massig Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Crusader Kings 3. Tschüss. Tschüss.